Da ist Oh lord Ah Finkel, hätt man mir nicht lassen können Lee Nein, hätt man nicht Oh, oh, doch nicht Den hätt ich auch noch bekommen Ich hab den nicht bekommen Ah, ja Minion Wave Nein, Mann Oh god Ja, wo springt so den hin, die LeBlanc, Mann Alter, diese LeBlanc, Mann Hast du diese Saves gesehen, Mann Diana, deine Reactions, Mann Oh god, Mann Ja, tschüss, Diana Nice Bye, bye Oh nein Oh ja, good job Siehst du, das Baum sieht irgendwie aus wie aus Lichter Oh, oh, diese Scharkopuppe Diese Scharkopuppe, Mann Wie? Oh warte, guck mal Oh, warte mal BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Mer .... Loll, Loll, Mann. Bam! Triple kill. Das war schön. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angesehen hast. Das war nämlich mein Video zu Braum, dem derzeit neuesten Champion in League of Legends. Schreib mir doch mal deine Meinung zu Braum in die Kommentare und lass mir vielleicht eine positive Wertung da. Nun gut, ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Video. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.